Hallo, ich bin Janine Habeck und ihr seht Lifestyler.tv Du hier in Köln, das ist ja eine Ehre, du bist heute für Cars to Gather unterwegs und vorher wurdest du ja gewählt als Jahrtausendplay mit und hast auch lange in L.A. gewohnt. Vielleicht willst du uns da noch ein bisschen was darüber berichten. Ja genau, also ich bin letztes Jahr aus L.A. wiedergekommen und habe drei Jahre auf der Playboy Mansion gelebt und habe für den amerikanischen Playboy gearbeitet und vorher für den deutschen Playboy. Dieses Jahr wurde ich zum Playmate des Jahrtausends gewählt, also ich kann das irgendwie selber noch gar nicht fassen, das ist einfach eine Ehre. Also es gibt auch nur mich ein einziges Mal des Jahrtausends Playmate und das verdanke ich natürlich meinen Fans, die mich gewählt haben und immer geklickt haben bei Playboy und das ist super. Klicken ist das Thema. Jetzt kann man auch klicken für Cars to Gather, das ist ein Online-Community-Portal und die sind jetzt gerade unterwegs und suchen Models mit dir zusammen für den Felix-Sturm-Boxkampf am 4.9. Du hast einige in der Hand, nach was für Kriterien gehst du da und wie findest du die Idee, dass man sowas sucht für so einen Boxkampf? Also ich finde das total super und was ich das Tolle an diesem ganzen Ding finde, ist, dass es nicht nur typische Models sein müssen, weil vor der Kamera, das kann man ganz gut kaschieren, die Größe und gerade so Nummerngirls, die müssen schon sexy sein. Und da, ja, also die muss eine tolle Ausstrahlung haben und ja, ich lasse mich einfach überraschen und es haben sich so viele beworben und es ist ein Wahnsinn und ich freue mich weiterhin auf Bewerbungen. Also bitte bei Cars to Gather bewerben, weiter medias, ich freue mich. Wenn du Nummerngirl werden möchtest, beim Boxkampf von Felix Sturm. Hallo, mein Name ist Christina, ich komme aus Köln. Michael, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Neuss, ich bin Abiturientin und ich wäre sehr gerne Nummerngirl bei Felix Sturm. Hallo, ich bin Larissa Lovitz-Esser, ich bin 20 Jahre alt, studiere im Moment Medienwirtschaft hier in Köln. Ich bin Ricarda, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Köln. Ich arbeite als medizinische Fachangestellte im Außensienst. Meine Hobbys sind Tanzen und Kickboxen und ich liebe mein Outfit von Calvin Klein. Bewirb dich jetzt! Felix Sturm ist ein Freund des Hauses und er hat uns gefragt für seinen Kampf am 4. September in der Langzess-Arena. Wir suchen die sechs Nummerngirls, die dann quasi an dem Tag laufen dürfen für den Kampf. Wahnsinn! Ja gut, erstmal vielen Dank. Ich würde sagen für die Menschen, die jetzt sagen, hey, ich möchte noch mitmachen, kann man dann auf die Casttogether-Seite gehen und kann da dann quasi noch die letzte Chance nutzen zum Mitmachen, richtig? Auf jeden Fall www.casttogether.de, alle Mädels, egal wer, einfach auf die Seite gehen, online anmelden und wir sehen uns dann einfach am 4. September. Hey Janine, ich habe noch eine Frage. Hast du eigentlich einen Freund? Ja, dir kann ich das ja verraten. Kleines Kevin. Hey, Kevin? Ja, Kevin Klein. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage.